Svanny gibt das Zepter als Coach von G2 weiter, Xist hört auf bei Heroic, Krimbo verlängert bei Big und natürlich die tägliche Case, sowie das nächste Türchen des Adventskalenders. Damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Case in Kaffee und natürlich einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Donnerstag. Mit dem Beginn der Blast World Finals wurden auch die letzten Tage einiger Coaches angebrochen. Allen voran wird dieses Event das letzte sein für Svanny, der nach diesem Event nicht mehr der Coach von G2 sein wird. Er selbst gibt an, dass der Job einfach stark strapazierend ist und unabhängig davon, ob Svanny weiter in der Profiszene bleiben wird oder nicht, hat er sich in die Geschichte eingeschrieben als erster Deutscher, der die legendäre IEM Cologne gewonnen hat. Sein Nachfolger wurde auch schon angekündigt, es ist dabei niemand geringeres als Tars von dem legendären Virtus.Pro. Das bestand damals aus Tars, Neo, Snacks, Bialy und Pasha Biceps und war alles andere als unerfolgreich. Der Major Sieg in Katowice im Jahre 2014, Platzierungen unter den Top 4 bei der G-Mack 2014, Katowice und Cologne 2015, Cologne 2016 und dem Major in Krakau 2017. Ebenfalls noch zweiter Platz des E-League Majors 2017 und außerdem auch etliche Majors noch in 1.6 Zeiten. Also wow, was für eine Vita. Tars hat spätestens mit VP gezeigt, dass er ein Team als Spieler leiten kann. Jetzt muss er das noch zeigen als Coach. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich jetzt schon darauf zu sehen, wie sich G2 in Zukunft anstellen wird. Um da besser einsteigen zu können, ist er jetzt schon an Svanis Seite bei den Blast World Finals, um Svanis zu unterstützen und direkt die ersten Erfahrungen mit dem Team zu sammeln. Vor allem spannend, wie dieses ganze Thema von G2 langsam abkochen wird, gerade mit diesem ganzen Drama um JKS. Abseits davon aber, haben wir jetzt drei des alten alten VPs, also der Golden Five, aktiv als Coaches. Tars für G2, Neo für FaZe und Cuban für Enz. Stellt sich natürlich die Frage, Pasha. Wann kommste? Als zweites haben wir noch Xist, der sich als Coach von Heroic verabschieden wird. Nachdem Heroic seinen gesamten Kern verloren hat, nämlich Cadian zu Liquid, Stone und Jebi, beide zu Astralis, und diesen besagten Kern neu aufbauen muss, hat sich Xist dazu auch entschlossen, sein Kapitel bei dieser Org zu beenden. Heroic möchte sich komplett neu aufstellen, und zwar international. Dafür haben sie den Kern von Enz im Auge, Sampaius, Nerds und Maiden, sowie deren alten Coach, Sollte Heroic diese Spieler sein können, wird ebenfalls Tessus gekickt. Digga, was ist denn da los? Außerdem hat Crimbo seinen Vertrag bei Big verlängert. Ich bin bei weitem kein aktiver Fan von Big, aber als einziges deutsches Team, das sich international irgendwie qualifiziert und am Start ist, freut es mich natürlich, dass wir Crimbo nicht ins Ausland verloren haben. Den Jungs sei wirklich alles gegönnt. Vor allem eine schöne Cologne 2024. Damit kommen wir aber zum Adventskalender. Hinter dem gestrigen Türchen war eine StatTrak 5-7 Buddy. Eine sehr schöne 5-7, wie ich finde. Sehr cool. Und natürlich auch, schönes Detail mit dem ZT hinten drauf. Der Konterpart zu der Tech Nain Brother auf der T-Side, die dann nämlich den T hinten drauf hat. Gefällt mir sehr, eine schöne Paarung. Diese wurde gewonnen von Unchained. Herzlichen Glückwunsch, der Skin ist bald in deinem Inventar. Und damit geht's in das heutige Türchen Nummer 14. Dort haben wir eine sehr schöne, aka Legion of Anubis. Einfach geiles Teil. Lächerlich günstig, absolutes Budget Red, was die Arca angeht. Aber so cool, so schön und dementsprechend unfassbar unverdient, dass die so günstig zu kriegen ist. Aber natürlich, wir probieren es positiv zu sehen. Umso schöner, dann kann man die sich nämlich günstig schießen und hat ein schönes Red, ein schönes Skin für die Arca. Finde ich sehr geil. Die gibt's heute zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, folgt ihr einfach mal dem Link in der Beschreibung zu unserem Discord. Dort einmal die Regeln durchlesen. Wenn ihr das gemacht habt, mit dem grünen Haken einmal bestätigen. 732 Menschen. Alter Falter. Unglaublich. Wenn ihr das gemacht habt, findet ihr den Channel Weihnachtsfest. Dort findet ihr das Giveaway. Und dann einfach über den Button einmal klicken. Habt ihr teilgenommen. Dementsprechend sehr simpel. Und damit habt ihr dann die Chance, diese wunderschöne Arca Legion of Anubis zu gewinnen. Viel Glück dabei. Und damit gehen wir jetzt rein in die tägliche Case. Heute geht es rein in eine schöne Fracture Case. Ist schon eine Weile her, dass wir die geöffnet haben. Und hierin enthalten ist einmal die Tech9 Brother, die ich gerade angesprochen habe. Das Gegenstück zu der 5-7 Buddy. Und hier hinten ist der T drauf. Fühle ich sehr. Hab ich sehr lange Zeit gespielt. Finde ich sehr cool. Ansonsten ebenfalls die Glock Vogue. War ebenfalls auch schon bei uns im Adventskalender drin. Gefällt mir sehr. Finde ich von den Farben sehr geil. Schöner Vibe. Und natürlich die Desert Eagle Printstream. Unfassbar krass. Sowie die Arca Legion of Anubis. Und hier seht ihr gerade, was ich mir für Crafts anschaue. Den finde ich hier nicht geil. Aber ich bin gerade auf der Suche nach ein paar Liquid Crafts. Und da habe ich mir wohl auch eine Legion of Anubis angeschaut. Boah, aber die speziell sieht wirklich alles andere als schön aus. Damit soll es aber reingehen. In der Fracture Case haben wir ebenfalls schöne Messer. Das wäre natürlich ein Fest. Um bei einem Blau zu landen. Stedrick Krieg All Rusty. Und ja, was soll ich sagen, ne? Die ist halt rostig. Float 6826. Also da ist Name wirklich Programm. Und da schieben wir gerade noch eine hinterher. Mit der All Rusty. Darauf kann man nicht so gut ne Folge wenden. Dann muss was anderes her. Die pinke A4 fliegt vorbei und wir sind bei der ultra hässlichen P90 gelandet. Oh Gott, das wurde schlimmer. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hatte nicht gedacht, dass wir von der All Rusty nochmal nen Downgrade bekommen. Aber die P90 enttäuscht nicht. Uiuiui. Empfinde ich als stark grenzwertig. Der Skin ist überhaupt ein Wunder. Meiner Meinung nach, dass dies überhaupt ins Spiel geschafft hat. Boah. Das ist heftig ey. Ich zeig euch einfach mal zum Abschluss ein Craft, was mich nicht so ganz loslässt. Und zwar eine AK Frontside Misty mit viermal Liquid Holo MLGs. Die kommen mir jetzt gerade nicht so ganz geil. Hier in-game muss ich aber sagen, boah, gefällt die mir sehr. Und dabei bin ich noch nicht mal wirklich ein Fan von der Frontside Misty. Aber ich finde hier die Sticker unfassbar gut. Würde auch nur jetzt wird's nämlich problematisch 130 Dollar kosten. Und das ist das, was mich ein bisschen abschreckt. Aber gefällt mir sehr. Könnt ihr dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Craft haltet. Auch gerne bezüglich des Preises. Das ist nämlich das, was mich noch ein bisschen zurückschrecken lässt. Aber ich hab so das Gefühl, noch eine Woche oder zu Weihnachten und ich werde ihnen den sauren Apfel beißen. Sofern sie dann noch da ist. Aber boah. Stark. Damit aber verabschiede ich mich von der heutigen Episode von Case & Cafe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg bei der Verlosung. Und natürlich wie immer viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.